Hi Leute, jetzt endlich kommt das Future Pack Video mit dem Lentikulacover von Maniac Cop und los geht es nach dem Intro. Willkommen zurück bei Bennys Movie Collection. Ich hatte eben ja das Wigand O'Fell Video hochgeladen mit dem Mediabook zu Hostel und habe da noch gesagt, dass heute auch das Video zum Future Pack von Maniac Cop kommt. Jetzt ist es endlich soweit. Ich habe es versprochen und heute wird mein Versprechen eingelöst. Ich wechsle jetzt mal in die Ego Perspektive und zeige euch das geile Teil. Viel Spaß! Und hier sind wir in der Ego Perspektive. Das ist das geile Teil. Das hat mir damals direkt richtig gut gefallen. Jetzt habe ich es mir gekauft, hat mich jetzt 18 Euro gekostet und das finde ich ganz okay. Ich habe jetzt den Film auch noch in Amoray, den werde ich aber demnächst verlosen. Da kommen noch ein paar Gewinnspiele und dazu gibt es aber demnächst mehr. Und die Amoray hat mich schon 12 Euro gekostet und jetzt 18 Euro dafür finde ich ziemlich gut. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich habe gar nicht gewusst, dass da sowas rausgekommen ist. Sonst hätte ich mir das gleich gekauft. Ich habe es durch Zufall gesehen im Tablemania und habe mir das jetzt mitgenommen. Ich mache das jetzt hier mal auf und dann zeige ich euch das geile Teil. Und was hier direkt auffällt, bleiben wir gleich mal auf der Rückseite. Hier gibt es keine J-Card und keinen Schuber etc. Hier ist das alles direkt auf das D-Book drauf gedruckt. Auch das FSK-Logo da unten. Das stört ein bisschen, das ist ein bisschen nervig. Da wäre es cool gewesen, wenn man noch ein geiles Artwork drauf geklatscht hätte. Aber kann man ja nicht ändern. Dennoch schauen wir uns das gerade mal an. Hier ist der Mendeck-Korb zu sehen. Und hier steht noch Mendeck-Korb. Dann gibt es hier eine Inhaltsangabe. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Das ist alles so ein bisschen Hochglanz. Man sieht auch hier schon ein paar Fingerabdrücke. Und unten dann hier die Inhaltsangabe. Könnt ihr Pause drücken. Hier noch ein paar Bilder zum Film. Unten noch ein paar Spezifikationen. War ja glaube ich auch lange Zeit indiziert. Und ist jetzt auf FSK 16 runtergestuft worden. Und hier das Besondere am Future-Pack halt. Das Spine ist nicht so schön wie beim D-Book. Und hier nur mit so zwei Scharnieren. Und auf das Metall selbst ist dann hier der Name drauf gedruckt des Films. NSM Records hat das alles veröffentlicht. Und gehen wir zur Front. Mit Landikular-Cover. Ich glaube das ist hier fest fixiert. Ich will da gar nicht groß dran rumspielen. Das ist hier fest drauf geklebt. Normal kann man die immer abmachen. Dass das so eine Magnetkarte ist. Manchmal machen die es aber fest drauf. Und ich finde das richtig geil. Es wirkt so als würde die Hand mit der Polizeimarke aus dem Cover rauskommen. Ich weiß nicht ob man es auf dem Video jetzt richtig gut erkennt. Gefällt mir auf jeden Fall richtig geil. Der Film geht. Der Zahn der Zeit hat natürlich daran genagt. Dennoch ist es auch ein Klassiker wie Tanz der Teufel finde ich. Der unbedingt in die Sammlung muss. Teil 2 hat mir am besten gefallen von den Filmen die da rausgekommen sind. Habe ich leider aber auch noch nicht auf Blu-Ray. Ich bin mir da gar nicht sicher ob es da eine anständige Veröffentlichung schon gibt auf Deutsch. Aber ich glaube schon. Muss ich mal nachschauen. Da muss ich mir den unbedingt auch noch holen. Der dritte Teil ist dann auch noch mal ein bisschen abgefallen. Aber um die Sammlung komplett zu machen kommt das auch irgendwann mal noch in die Sammlung. Ja ich finde das richtig geil. Und das hat was mit dem Lendikular Cover. Ist wirklich der Hammer. Ich öffne das Ding jetzt mal. Dann können wir uns das Ganze mal noch komplett anschauen. So sieht das aus. Das einzige Positive hier durch die Scharniere ist. Wenn man jetzt hier ein Artwork hätte das in übergreift. Dann würde das wirklich wie ein Gesamtbild aussehen. Weil hier die Scharniere durch die Scharniere legt hier die Seite Press aneinander. Ach ich habe es heute irgendwie mit dem Sprechen da. Klappt es heute nicht so. Also ja auf jeden Fall gefällt mir normales D-Books mit dem Spine trotzdem besser. Aber von Cover her von der Front ist das wirklich genial. Schauen wir mal auf die Innenseite. Da sehe ich jetzt schon das gefällt mir auch definitiv. Hol mir die Disc raus. Was hier jetzt komisch ist fällt mir gerade auf. Hinten steht FSK 16 drauf. Aber die Blu-Ray hier drin ist noch ab FSK 18. Und ja solange der Film gute Qualität hat und unzensiert ist stört mich das nicht. Und hier das Innenartwork ist wirklich geil finde ich. Das sind auch noch verschiedene Cover Varianten. Ich glaube es gibt da auch ein paar Media Books. Aber das hier hat mir jetzt richtig gut gefallen mit dem Landikular Cover. Ich hole das mal ein bisschen näher. Es spiegelt ein bisschen. Aber man erkennt es glaube ich ganz gut. Und das gefällt mir richtig gut. Ja das war es auch eigentlich schon von diesem Future Pack. Und ich wechsle jetzt nochmal in die normale Position. Sag noch ein paar Worte. Bis gleich. Ja das war das Future Pack zu Maniac Cop. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer wie immer. Lasst gerne mal ein Abo hier. Ansonsten war es das für heute bei Bennys Movie Collection. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Benni. Ciao. Ciao.